Alex hat gesagt, wir machen Milchshakes, also machen wir Milchshakes. Komm her Blatt, ist ganz einfach. Milch rein. Wie viel ungefähr? 400 Milliliter ungefähr, 400 Liter Milch. Was? Ja, wir haben da nur einen Liter, also es passt. Ja, du hast vielleicht was gesagt, ich hätte auch noch genommen. Ja, wir haben noch genug Milch, aber hier passt nur einen Liter rein. Frühstimmig ist komplett rein, 300 Gramm. Ja, jetzt verstehe ich, wieso du das da runtergepackt hast. Die Banane kommt auch komplett rein. Ja, aber du musst es da runterpacken, weil wenn du es spritzt, dann hinterher, wenn du mixt. Ich gebe den Tipp, wieso schneidest du nicht mal die Banane? Die Banane musst du nicht schneiden, die kannst du ja eh mixen, deswegen musst du die nicht schneiden. Weißt du, wie du das da reinpackst? Da habe ich gerade Befürchtungen, wie das ausgeht. Jetzt brauchen wir den Mixstab. Oh, das wird, das wird was, das wird was. Oh, das ist gut. Lock and Load. So, jetzt darfst du das ganze Scheiß mal machen. Okay, nicht feuchtig. Steigt und stark? Oben, oben, oben ist es stark. Oben, stark. András Builtm Он Smack und Championship Blatt, da ist noch Platz, mehr Milch. Da ist noch Platz, hier, mach rein. So, jetzt voll. und genau deswegen bist du in der Spiege ja, weil du nicht den Mixer besorgst was für keinen richtigen Mixer ich sag dir, ich schenk dir zu Geburtstag den Mixer Blatt was machst du da? so, das sind jetzt ungefähr 500 Kalorien das ist komplett entspannt, macht satt jetzt machen wir den Scheiß nochmal nur besser das ist eine Ansage Profis, wieder zwei Bananen diesmal mit Apfel, du kannst den Stab erstmal weglegen den brauchst du erstmal nicht ja, du kannst ihn ja so brauchst die zwei ich hoffe nicht, dass du den Apfel so reingürbst chill diesmal kommt Mandeln Mandeln dazu aber natürlich schon gerieben weil das wird ein bisschen scheiße mit dem Mixer ich hab das auch schon mal ausprobiert hab gedacht, der Mixer geht kaputt war weniger lustig natürlich auch doch, hab ich schon ausprobiert dann ist meine Mutter aufgewacht weil das zu laut wurde das war nachts um eins was? was? ich hab Hunger das ist ja halt das Prinzip das ist eine Wummelidee um ein Uhr im Maus diesmal nur die Hälfte 150 Gramm so, wieder die Bananen du kennst den Trick ja, auf Kompetenz die Bananen wie, du wirst eh nicht wir können das mal austauschen haben wir hier gerade drin lass mal da hin stell es ein bisschen zu sein weil ich hab ja ja, dann kommt das hier unten rein können wir die Sauerei wieder hier machen kann ich auch Kompetenz mal machen so so, diesmal darfst du die Banane falten Gott du willst mich nicht bewusst austauschen nein, du darfst die Banane falten also an deiner Stelle ich mach's mal geschnitten falten falten? ja bananen aber das kennst du ja nicht anders pwo ich reiß dich immer auseinander in was? Butterfly? das kannst du glauben in allem, im Leben im Leben ach komm, erzähl mal was dann guck mal wenigstens so als würdest du dem Mühe geben ja, ich schneid einen Apfel ja, genau wir haben Freitag da hab ich keinen Apfel geschnitten also wenn meine Mutter das sehen würde würde sie sich aufregen weil ich kein Brettchen unterlege also ich würde euch empfehlen da Brettchen unterzulegen wenn ihr Mütter habt die sich aufregen ja, weil sie keine Lust haben alle zwei Jahre die Küche zu wechseln ja, meine sind in Hamburg ich bin stummfrei was denkst du warum wir ein Video in der Küche machen? weil ich sturmfrei hab also sonst hätten wir bei dir oberen Zimmer gemacht neben deinem PC ach so Blöd das Movie neben am PC kochen, Mann Blöd, alles da rein ja, Umstimmung läuft mit ja, mit ja, das hatte ich vielleicht ab mit Rewe-Symbol läuft die Nacht ja, Rewe-Showlord geht raus fürs Nicht-Rauswerfen beim Trainieren wir haben ja kleine Club-Züge gefunden so jetzt die andere Frage das Gute an den Mandeln ist die haben schon Proteine das passt dann ich hab ne andere Frage gar nicht da muss noch Milch rein ja, das passt guck in die Kamera und sag das nochmal das ist überhaupt nicht voll das passt sag das in die Kamera nochmal dass das passt das passt oh Gott im Himmel diesmal pürierst du weil diesmal hab ich Angst so der Profi mit der Milch oh guck siehst du wie viel Platz dazwischen noch ist ja das heißt wie das gleich ausgeht sehr professionell geht das aus ohne Mixer die zweite was liegt hier daneben das ist glaube ich ein Apfel Apfelkrotzen naja so man drückt erst ganz tief feste dann steckt das rein wo Attacke fängt dir das aus halt Pokémon gotta catch him all Pokémon 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 Da gehen noch ein paar Früchte rein hab ich gehört da geht auch ja ich weiß ich kann es ja noch mal in der Früchte Mix reinpacken ja wir haben ja erst 150 Gramm wie viel sind da drin das passt 300 ja gut geht klar siehst du guck das passt das war mir klar dass das rein passt ja mal schauen na geht wird Pokémon 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 ja festeit Pokémon weggeflext Pokémon 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 so hol mal das andere Zeug du und im Megis gekostet so mit Mandel ohne Mandel mit welchem fangen wir an ohne Mandel ohne Mandel ok ohne Mandel komm die Wiese ist rein da kannst du auch alles möglich verstehen darunter so Blatt ja perfekt hast du ein Handtuch Frauen kann Handtuch achso ja die Küche sieht ja auch wieder top wir sind Profis wir zeigen nicht was links von der Kamera passiert was du mit deinem Bruder eingestellt hast meinst du meine Eltern sind nicht klar ok die müssen das nicht wissen die werden das sehen und danach sagen sie Samu Cheers Prost haut das Glas kaputt kenne ich ja das gut wie immer was sagt der Herr Graber gut mhm mag ich mal so schlecht sag ich ja es geht gut nach Bayern geht das immer das ist ja bei dir nicht so lange her das lustige die Darin ist du musst ja keinen Zucker dazu machen weil die weil die Bananen genug Zucker haben ich nutze es ja immer wenn ich hier die Cashewkerne oder so rein mache dann mit den Cashewkennen da hast du teilweise 1200 Kalorien wenn du da richtig schon Cashewkerne rein machst das ist richtig geil dann ziehst du das Ding schnell runter hast deine Kalorien und Protein gedeckt ich weiß noch wie wir setzen aber mit Cashewkerne ankamst du Zug die Bio-Dinger du hast ungefähr zwei Stück gegessen und hast du gesagt ich werde nie wieder Cashewkerne essen nein das waren was war das das waren keine Cashewkerne Cashewkerne gefressen das war irgendwas das war irgendwas das war Kasamia das war das ja genau Kasamia die waren scheiße war so schlecht oder jetzt auch nicht du hast die gefressen nicht ich ja weil du sie gesagt hast das herst du nicht mehr und ich hab mir gedacht ja ok Nüsse Gott du bist du bitte schon mal wiederholen was du eben gesagt hast ich hab mir gedacht ok Nüsse was hast du dir gedacht ja der Drink ist ganz gut ah der ist gut meine Küche ist wenigstens sauber ich hab ne Frage an dich bevor du das alles bebeißt wie lange steht das da schon heute Morgen? heute Mittag das alles? ja das ist heute Mittag 12 für dich alleine oder für Daniel? das war ich das hab ich gestern gemacht heute gegessen das keine Ahnung wer das ist das war ich ja das waren wir eben weil ich zu voll bin das in den Müll zu werfen Apfel ja 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 auch zu voll in den Müll zu werfen das machst du alles sauber gell? mach ich alles sauber bleib musst du ja ja muss ich auch das ist mein Haus ja meins ist sauber ich erb das Haus deswegen ist es mein Haus welcome to my house baby take control na alles in allem eigentlich mal so für 15 Minuten Arbeit war das doch mal ganz ordentlich ja wenn du den einfach direkt ordentlich machst brauchst du vielleicht 2 bis 5 Minuten dann hast du ihn sogar fertig gesoffen so Kramer kannst du empfehlen? empfehlen? ja wenn du mal schnell auf Krise machen musst dann der mal Kramer kann empfehlen was kann Kramer doch empfehlen? dreh dich mal rum mit deinem Kopf nee smash als Merch alle kaufen alle abonnieren haut rein zap rein hier sind auch noch 2 Videos die du gucken kannst das neustaste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert also das was bei mir gerade abgeht oder Fitness wenn du aber Fragen hast schreib die einfach mal in die Kommentare dann mach ich da auch ein Video ansonsten würde ich sagen guck mir einfach die 2 Videos bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal